Yo yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Armin von Immerfresh und herzlich willkommen zu Ufo361 Irina Schaik. Krasser Song, der hat es auch schon bei mir und Clement in die Playlist geschafft, wir feiern den brutal. Auch Video sehr kunstwerkmäßig gemacht. Aufgrund einer etwas dunkleren Videoatmosphäre scheinen die Outfits nicht komplett hervor, aber wir haben euch trotzdem alles rausgesucht und es gehen wir zusammen durch. Auf was los geht, noch ein cooles Announcement. Und zwar haben die Bras von Mary Chains uns diese Kette zugeschickt. Wer das Video von Super Lemon Haze von Alex und Maxwell sich noch erinnert, da hatten die so eine Mary Chains Kette an. Da ist auch so ein Zertifikat drin, wo quasi nochmal drin steht, dass es sich um die Sorte Bubblegum handelt. Es ist 925 Silber und 24 Karat Gold plattiert. Hier im Online Shop sehen wir das Ding auch nochmal. Es hat einen Wert von ca. 345 Euro. Falls du Bock hast, dieses coole Accessoire zu gewinnen, dann gibt es vier einfache Schritte, die du tun musst. Erstens, folg uns auf Instagram. Wir heißen immerfresh.de, falls du noch nicht getan hast. Zweitens, folgt auch Mary Chains auf Instagram, die dieses Biest gebaut haben. Drittens, like das Bild auf unserer Instagram Seite bezüglich des Ufo Irina Schaik Outfits. Es wird ungefähr so aussehen und gerade das aktuellste Bild sein. Und viertens, kommentiert unter diesem Instagram Bild euren Lieblingssong von Ufo und markiert drei Freunde, mit denen ihr euch schon freut, Wave zu pumpen. Diese drei Freunde dürfen natürlich keine Celebrities oder irgendwelche Seiten sein, sondern reale Homies von euch. Das Gewinnspiel endet am 23. Juni um 23.45 Uhr. Das heißt, bis dahin hast du die Chance noch mitzumachen. Auslosung ist dann am 24. Juni um 14 Uhr in unserer Instagram Story. Alle Teilnahmebedingungen findest du nochmal im dritten Link in der Beschreibung. Viel Spaß beim Gewinn. Und jetzt let's go mit Ufo361 Irina Schaik. Alter, Hotelzimmer. Auch übelst lang, da kommt nix und da wird so Spannung aufgebaut. Ziemlich cool, finde ich. Und auch sehr ungewohnt von dem, was im deutschen Rap zur Zeit rauskommt. Aber das macht ja Ufo aus. Auch der Flow hören wir gleich. Ebenfalls cool gemacht. Das Wasser, in dem die Models da drinstehen. Und dann noch dazu die Delfingeräusche. Passend zum Motto Wave. Und hier nochmal Irina Schaik, der Schriftzug, der auch in diesem Ufo-Wave-Style gehalten ist. Ziemlich cool. Ist sehr dramatisch auch gehalten gefühlt. Und hier sehen wir schon direkt das erste Piece. Am Anfang hat man jetzt nicht die Mega-Attribute gesehen, weshalb es einfach eine klassische Bombayacke hätte sein können. Aber hier ist jetzt der Totenkopf hervorgehoben. Und da wissen die Kenner natürlich, es handelt sich um Mastermind, beziehungsweise Mastermind Japan. Und das Piece kostet einfach motherfucking 6.800 Euro. Hier könnt ihr es nochmal von Namen sehen, plus nochmal von hinten. Und da sieht man auch schön nochmal den Totenkopf. Das ist ein absolut kranker Preis für eine Bomberjacke, das brauche ich euch jetzt nicht erzählen. Deswegen haben wir zwei Alternativen am Start. Zum einen ein günstiges Modell von Urban Classics, was eigentlich 50 Euro kostet. Aber hier zum Beispiel in der Größe M auf 37,60 Euro reduziert ist. Wirklich Toppreis für eine Bomberjacke. Und ansonsten ein bisschen teurer, aber von meiner Seite aus wirklich empfehlenswert. Dieser Alpha Industries Bomber kostet 111,35 Euro in der Größe M. Topqualität, kommt doch in verschiedenen Farben. Alle Shop-Links zu den Pieces, die ich euch hier vorstelle, sowohl die, die Ufo-Rocked, als auch die Alternativen, findet ihr in unserem Artikel auf immerfresh.de, zweiter Link in der Beschreibung. Absolut episch gemacht. Zuerst die Bassline und danach kommt einfach voll voluminös und präsent Ufos Stimme. Und hier haben wir auch schon das erste Model. Das ist die Alice und sie heißt auf Instagram alice.oberhack. Hier sehen wir auch schon direkt das nächste Piece. Und zwar sein Astro World T-Shirt. Wer es nicht weiß, Astro World ist das Album von Travis Scott. Und das hier ist das passende T-Shirt dazu. Ist zuletzt für 124 Euro über den virtuellen Labentisch gegangen. Alter, ich muss sagen, ich feiere den Huck brutal, Alter. Wenn das reinkommt, auch wenn Pieces raussuchen, ich würde immer übelst pumped, übelst hyped, als Ufo diese Huck gesungen hat. Und hier können wir auch schon direkt das nächste Piece abchatten. Ist ein Mantel von Alix. Hier sieht man auch nicht, dass es ein Mantel ist. Ganz zum Schluss sieht man es. Mega abgespacedes Teil, passt auch voll zum Vibe vom Video und kostet 430 Euro. Hier sehen wir auch schon direkt das nächste Model. Ich finde es auch übrigens cool, dass jetzt nicht so Standardmodels ausgewählt werden, die alle gleich aussehen. Sondern jeder ist ein Charakter für sich. Und wie sie im Video integriert werden, ist auch sehr künstlerisch. Sie hier heißt auf jeden Fall Nele Elbos auf Instagram. Hier sehen wir auch übrigens Ufo im Hintergrund chillen und seine Moves machen. Den Rollkragenpullover, den er trägt. Der ist von Solaran und kostet 850 Euro. Falls wir dazu eine coole Alternative haben, ergänzen wir ihn auf der Website. Hier steht Ufo mitten in der Nacht im Waschsalon. Und es erinnert mich ein bisschen an den Song Wishy Washi von Migos. Die haben da ja auch im Waschsalon gedreht. Und Ufo feiert die. Wer weiß, vielleicht hat er sich ein bisschen davon inspirieren lassen. Seine Schuhe sind übrigens die VaporMax 2019 Cactus Plant Flea Market. Dafür steht CPFM. Sind auf jeden Fall richtig sicke Schuhe und auch mega außergewöhnliches Design. Zum einen der Nike Swoosh. Dann diese rot-schwarze Sohle zum Übergang mit grünen Elementen. Dann der Smiley hinten drauf. Einfach abgespaced. Lasst euch übrigens nicht von den 813 Euro verunsichern. Wir haben euch auf der Website noch ein paar weitere Shops rausgesucht. Da gibt es nur noch ein bisschen günstiger. Trotzdem noch hochpreisig. Und natürlich nur noch im Reset. Weitaus günstiger und einfacher zu bekommen sind die klassischen VaporMax 2019. Die gibt es für 190 Euro. Sind auch nicht allzu abgespaced. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Wobei die hier am nächsten rankommt. Hier sehen wir auch nochmal was er über dem Astro World T-Shirt trägt. Und zwar ist es eine Strickjacke. Die so ein geripptes Muster hat. Sie mal an den Schultern. Ist von Mason Margiela. Und kostet ursprünglich 990 Euro. Ist aber gerade reduziert auf 792 Euro. Der Kenner würde zuschlagen bei diesem besonderen Angebot. Der Laie würde nicht erkennen, dass es sich hier um ein hochpreisiges Piece handelt. Daher meine Freunde. Zwei Alternativen. Zum einen dieses Piece von Drycorn. Gerade reduziert auf 119 Euro. Und zum anderen diese Strickjacke von Jack and Jones. Die gerade reduziert ist auf 50 Euro. Die haben beide so ein geripptes Muster. Und das Wichtigste bei dem Piece ist. Man erkennt von außen die Marke nicht. Weiter geht es mit seinem türkisfarbenen Hoodie. Der ist von der Marke GmbH. Und kostet 325 Euro. Ist vorne relativ basic gehalten. Und kommt hinten mit einem Backprint. Bei der Brand hat er sich wahrscheinlich von 0 anstecken lassen. Der in dem Song Next mit übelst vielen Pieces von GmbH. Eine coole Alternative ist dieser Adidas Hoodie. Der ist gerade reduziert auf ca. 75 Euro. Hat eine sehr ähnliche Farbe. Und kommt auch mit einem sehr coolen Backprint. Übrigens zu den Ketten haben wir in den vorigen UFO 361 Outfit Reactions mehr gesagt. Ich klicke hier auf das I, dann kommst du dahin. Alter, diese Melodie hat mich krass abgeholt. Konvert zu seiner Stay High Jacke, die er über dem GmbH-Hoodie trägt. Wie die meisten von euch wissen, gibt's das Piece exklusiv in der Wavebox. Kostet 60 Euro. Gibt's noch in allen Größen, also S bis XL. Und kommt am 9. August raus. Und jetzt lasst uns zusammen nochmal diese dope Melodie genießen. Die krasseste Stelle vom Song. Wenn du's auch so siehst, schreib's in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreib's, was deine Lieblingsstelle ist. Alle, alle. Zu viele Bilder, die hier grad kommen. Also wir spulen jetzt kurz zurück. Einmal seine Dior B22 Sneaker. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Kennen wir auch schon aus allen anderen Wave-Videos in den unterschiedlichsten Farben. Diesmal in blau, orange, weiß. Und die kosten wieder mal 820 Euro. Eine coole Alternative dazu ist der Puma Cell Venom. Der kostet 120 Euro. Kommt auch in einer sehr ähnlichen Farbkombi. Und in mega vielen weiteren Varianten. Als zweites haben wir den Puma Storm Origin. Der auch in dieselbe Richtung geht. Farblich eher rot statt orange. Und kostet 90 Euro. Dazu trägt ihr wieder mal eine Amiri Jeans. Die zeichnet sich zum einen durch einen Riss am linken Knie aus. Und zum anderen durch den weißen Seitenstreifen. Kostet stolze 1071 Euro. Da eine günstigere Alternative, die ebenfalls mit weißem Streifen und zerrissenen Knien kommt, kostet ca. 80 Euro. Und wer diesen weißen Seitenstreifen nicht unbedingt feiert, der kann ein Auge auf diese Bershka für 28 Euro werfen. Direkt in der nächsten Szene sehen wir zum einen den Bentley und seinen Mastermind World Hoodie. Der Mastermind Hoodie ist ja gerade reduziert von 1859 Euro auf 1190 Euro. Was ihn jetzt auch nicht unbedingt bezahlbarer macht. Daher eine coole Alternative von dem Brass von Homeboy für 90 Euro. Hat auch so ein Logo-Schriftzug in so einem Kasten. Der Bentley ist übrigens ein Bentiger W12. Unser Bro Smart Gaming hat ihn hier gebraucht für 132.000 Euro entdeckt. Direkt das nächste Model am Start. Das ist die Christina und sie heißt auf Instagram chrxtv. Ich dachte am Anfang, sie wird von einem Projektor angestrahlt, aber ich glaube, die haben das in der Nachbearbeitung einfach übelst geil gemacht. Zack und hier sehen wir schon den Stay High Hoodie. Ist natürlich aus seiner Merch-Kollektion. Derzeit auf allen Seiten ausverkauft, außer hier, wo er 65 Euro kostet. Kommt vorne mit einem Stay High Save the Ocean Print und hinten nochmal mit dem Logo in Waveform. Ich finde das Design auf jeden Fall richtig dope, vor allem weil das Wave-Logo so verzerrt ist. Und schon wieder direkt in der nächsten Szene. Zum einen seine Rolli, zum anderen seine Chanel-Sneaker. Die Rolli kennen wir auch schon. Kostet 40.000 Euro, dem hat er auch den Song 40k gewidmet und die wurde von Goldjunge gemacht. Dazu eine Alternative, die optisch einigermaßen rankommt, wenn man sich jetzt die Diamanten wegdenkt. Gerade reduziert auf 37,49 Euro von Casio. Erfüllt auch ihren Zweck sehr gut. Seine Chanel-Sneaker, im Chunky-Style gehalten, gibt es im Resale für 1250 Euro zu kaufen. Übelst krass, wie jedes Piece von UFO eigentlich immer so viel kostet. Daher hier wieder mal unsere immer-fresh-Alternative. Von ASOS Design kostet 61 Euro. Und zum anderen haben wir noch ein Piece, was von der Form her sehr ähnlich ist. Hat jetzt keine Blaue Elemente, 47 Euro. Übelst geil, wie Neon Light sowohl textlich als auch im Video umgesetzt wurde. Und hier kommen wir zu seinem Hemd. Ist von Balenciaga und kostet stolzend 550 Euro, wenn wir dazu eine coole Alternative finden auf der Website. Alter, zur episch düsteren Atmosphäre passt auch richtig gut, wie dieser Beat distorted wurde. Hier nochmal der Mantel, in seiner vollen Pracht. Erinnert mich mega an diese Characters aus Matrix. Und bevor der Song zu Ende geht, wollen wir euch natürlich noch sie vorstellen. Sie heißt auf Instagram, alie.ludwig. In diesem Sinne meine Rap-Outfit-Fans, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, abonniert hier unbedingt unseren Channel und checkt auch hier und hier zwei aktuelle Videos ab. Kommentiert auch fleißig, welches Video wir als nächstes analysieren sollen. Und viel Glück beim Gewinnen von dieser Kette. Falls ihr jetzt nicht der Mega-Halsketten-Fan bist, geben wir unser Bestes, in Zukunft noch weitere coole Gewinnspiele für euch auf die Beine zu stellen. In diesem Sinne macht euch einen freshen Tag und bis gleich im nächsten Video. Peace.